Hallo und herzlich willkommen bei den Next Games AP. Wir spielen heute Resident Evil Revelation 2, der erste Part von der Kampagne und es geht auch schon los. Viel Spaß. Wir spielen das Ganze auf normal. Und los geht's. Episode 1 The world lives with it. You live with it. Viruses are stolen, re-engineered, misused with tragic results. And who are you supposed to trust? Politicians who sell their souls for a few votes? CEOs who betray consumers for a quick buck? Count on us instead. We're above the politics. Always watching. Always ready to face the threat. Head on. We are the unflinching mob that sops up the evils of bioterrorism and chemical warfare. They call us... Terror Save. Because tear doesn't have to end with a wrist. Hey guys. Redfield. Oh hi Claire. Hey! Hey Claire! Moira. Welcome to the club. Reporting for duty, Ms. Redfield. When do the hazing start? Cut it out. We've been friends for how long? Long enough that I'm allowed to give you shit. Psst. Claire. Could you, uh... What's up, Neil? Something's going down in Washington. Did you hear anything? What? The new virus? Come on. You know Tricella's history. Right? Hello. Hey, that Barry Burton's girl? Yep. Moira started today. But you've got to be careful if you're going to mention her... Her and her dad? Oh yeah. Emotional minefield. Okay. You did your homework. What other horrible invasions of privacy have you gotten there? Hey, I gotta look out for Terra Save. We have our enemies. Anyway, good luck breaking her in. She's not a horse. Bye. Uh-oh. What'd he do this time? Fucking Barry. Every time I ask him anything, he pushes back. I wouldn't even be here if I listened to... No. 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 I don't know. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Claire Redfield, du kommst mit uns! Nein! Es muss eine Art... Claire! Ah! 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 So, jetzt geht's los! Ähm, gucken... Ähm... Ja, was ist da drin? Okay, da ist nix! Okay, jetzt kann ich... Jetzt kann ich schneller rennen! Auf jeden Fall! Ähm... Da ist nix! Da ist auch nix! Warte mal! Okay... Okay, wir müssen... ... ein Weg hinaus finden! Rette mir jetzt hinterher! Ja! Oh! Okay... Ähm... Mensch, richtig? Äh... 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 Ich muss auf jeden Fall richtig sein! Äh... Äh... Okay... Treppe hoch! Vorsichtig! Vorsichtig! Jetzt hier runter! Jetzt hier runter! Oh shit! Okay, hat's auch geschafft! Jetzt müssen wir weiter! Ähm... Mal gucken, ob da irgendwas liegt! Nein! Da auch nix! Ähm... Ne, da ist auch nix! Also... Warte... Also, wir müssen doch da rein! Oh my God! Oh my God! What the fuck? I think there's a way through on the other side of the glass. Yeah... Ähm... Ich muss, glaub ich, irgendwas finden! Okay, ne... Das ist hier! Und da ist nix! Okay, da ist ein Messer! So... Okay... So, weiter... Habe ich anscheinend gerade voll übersehen... Das Messer... Okay... Rüber... Äh... Da ist ne Notiz... Okay... Okay... Ich muss aufmachen... Munition... Okay... Da ist nix mehr... Ähm... Okay... Da liegt nix... Also, wir müssen da lang... Ja... Ähm... Hinnocken... Ja... Äh... Hinnocken... Ja... Äh... Come on... Come on... Tempo... Tempo... Oh shit... Oh shit... Okay... Man, die andere kann noch ein bisschen mithelfen... Geht's ein bisschen schneller... Okay... Toll... Oh shit... Oh shit... Oh shit... Oh shit... Hä? Benutzen... Benutzen... Ja... Okay... Warte mal... Liegt da noch irgendwas... Nein, da liegt nix... Warte mal... Da könnte auch was drin sein... Gucken... Kraut... Okay... Da ist nix... Okay... Warte mal... Da liegt nix... Ähm... Ah... Okay... War richtig... So... Weiter... Oh shit... Ich weiß nicht warum so jemand etwas tut... Keine Ahnung... Also da muss ich jetzt hier irgendwas sagen... Okay... Ich brauche den Schlüssel... Hä? Ah shit... Oh man... Okay... Da komme ich nicht lang... Da komme ich ja doch lang... Weiß ich gar nicht... Kann ich da runterspringen? Ne... Runterspringen kann ich nicht... Okay... Okay... Da ist nix... Hä? Okay... Okay... So... Was interessantes hier noch? Ne... Nicht wirklich... So... Ich bin jetzt hier... Runter... Äh... Was liegt denn da? Da liegt irgendwas... Irgendwas? Hä? Ähm... Stole... So, jetzt gucken. Ah, shit. Hä? Eigentlich müsste es da liegen. Okay, jetzt ist die auch in der Hocke. Warte mal. Der ist... Okay. Hä? Hä? Ach da. Okay. Danke. Sehr nett von dir. Es geht 100 pro. So. So, jetzt muss ich da lang. Oh, shit. Die Beine. Und der nächste. Kommt noch einer? Okay, da kommt... Oh. Oh, shit. Nein, nein, nein. Oh, man. Oh, man. La tonnach! Oh, fuck. Okay, der müsste tot sein. So, einer fehlt noch. Okay, wo ist der? Hä? 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 Wo ist denn der jetzt? Was? Also, da waren doch gerade zwei oder waren da keine zwei? So, eigentlich schon. Oh, man. Oh, man. Okay. Okay. Ähm. Ähm, wir müssen da lang, da lang, ausweichen. Oh, shit. Ah, fuck. Weil er doch schneller lag. Okay, hab ich, danke. Weiter. Come on, come on, come on. Ah, fuck. Okay, es ist besser auf den Kopf zu schießen. Äh, welche Richtung jetzt? Okay, da ist nichts. Warte mal, da müsste auch nichts drin sein. Ah, fuck. Äh. Aha. Ah, fuck. Ja, da sieht man besser auf den Kopf schießen, weil da krepieren sie. Okay, da ist nichts. Maaan, Alter. Ich hab keine Munition mehr. Okay, tot jetzt. Ja, aber ich hab keine Munition mehr. Benutzen, ja. Ich hoffe, das waren jetzt alle. So, jetzt nach oben. Schnell. Rennen, rennen, rennen. Ähm. Das war hier. Ja. Oh, cool. Oh, cool. Oh, cool. Okay, da hab ich... Erste Hitze. Okay, ich brauch ein Brecheisen. Kann ich mich da drauf schießen? Oh. So. Fokus, ja. Äh, ja. Ja. Okay, hab ich. Da, nehmen wir das mit, nehmen wir das mit. Blunt Weapon. Ich kann es machen, Blunt Weapon. Okay, sehr gut. Oh, hab ich gerade gemacht. Okay. Sehr gut. So, weiter. Oh, wer ist das jetzt? Okay, jetzt sind wir... Oben. Oh, shit. handschein. So, ich hab dann... Und sie känt... Ach so. Wask? Wer warte mal ein bisschen keywordiert? Du bist gefhradet? Du kannst mir sagen. Talk mit mir. Du bist so offen. Was bist du mit? Die Bekleinungen verändern. In response zu Angst. Und wer genau ist das du? Ja, danke. So, nimm er mit. Okay, ja, jetzt müssen wir was finden und das machen wir natürlich im nächsten Part, Next Games IP ist raus, das war der erste Part von der Kampagne, wir sehen uns im zweiten Part, Next Games sagt Ciao Ciao und bis bald.